Man kann nicht so teppert sein, bleib ehrlich jetzt, oder das auch? Was ist dein Foto? Nein, nein, keine Ahnung. Du bist der Wahnsinn, Alter. 500.000 Euro gehen da ziemlich scheißen, Alter. Wie? Nein, ist eh wurscht, Alter. Mach ein Foto. Ja, ich konzentrier mich auf was... Wahnsinn, Alter. Du bist der Beste. Wirklich. Unglaublich. Ja, passt schon, passt schon, passt schon. Bleib ruhig, Alter. Erst, bleib ruhig, Alter. Geh, komm, geh weg. Geh weg, weg, weg. Weg! Geh? Dann geh auf Zeit erst. Wie machst du das jetzt? Erst, geh auf Zeit erst, oder? Nein, dann mach ein Foto von ihm. Geh weg, Alter. Wie gesagt. Hey, hey, ich puste. Was geht? Was geht bei mir? Und du? Schau mich an. Was ist das? Was?